Sofort mit der T.O. hat er keine Chance. 3 und 3 Sekunden. Jetzt sein Vorsprung. Johann Clary attackiert Max Franz. Aber... Aber jetzt hat er es reingekommen. Die hat auch mit dem Kopf aufgeschlagen. Am Innenski gewesen. Sofort weggerutscht. In dem Moment, wo ich mir gedacht habe, jetzt wird er super unbezogen. Aber er weggekommen. Ist voll mit dem Kopf aufgeschlagen. Ja. Konflikt im B-Netz drinnen. Ich glaube, der kommt da nicht selber raus. Er ist okay. Das ist alles okay sein. Das war Gott sei Dank der Aufholwinkel. Der Aufholwinkel war sehr spitz. Da raus. Und das war in dem Fall gut. Noch einmal da drüber rein. Und jetzt... Er steigt zu früher. Das ist doch gefährlich. Dieser peitschen Schlag mit dem Kopf auf die Eispiste. Genau. Wenn du da dann weg bist und den Sturz nicht mehr kontrollieren kannst, kann das ganz hässlich ausgehen. Noch einmal. Kommt da drüber. Und jetzt ein Steiger zu früh auf den Innenski. Den verschlackt sind. Er überkreuzt sogar mit den Skiern. Und hat dann keine Chance mehr zu korrigieren. Keine Chance mehr. Eine Unachtungkeit. Eine kleine, weil ich glaube... Oder an der Stelle ist der Läufer doch ein bisschen... Oder neigt er dazu schon weiter vorne hinzudenken. So quasi geistig... Für eine Hunde Sekunde durchzuschnaufen. Und zu denken... Klaas, die Kurve habe ich eigentlich gut erwischt. Und jetzt kommt schon das nächste da wo ich hin muss. Und in dem Moment... Das ist alles.